Hello, willkommen zurück zu GRID 2. So, wir haben hier noch zwei Fahrzeug-Challenges vor uns. Einmal, den darf ich gewinnen, den Mercedes-Benz SL65 AMG. Dazu muss ich 3 Minuten 42 Euro im Miso-Gebirge unterbieten. 10,4 Kilometer machen wir auf jeden Fall, Mercedes-Benz. Geile Scheiße. Er sieht bestimmt recht fett aus. Uh, wie das schon klingt. Uh, geil. Geil. WSR-Podium-Platzierungen, 48. WSR-Siege, 48. Die Strecken in Okutama haben extreme Steigungen. Du musst unbedingt das Tempo hochhalten. Das Auto sieht bestimmt recht fett aus. Wow. Geil, geil. Oh, wie der klingt. Fett. Ich habe schon wieder keine... Oh. Jetzt habe ich es ein bisschen versaut gleich am Anfang. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich schon wieder keine Karte habe. Also, ohne Karte fahren. Keine Ahnung, was das schon kack ist. Ich glaube, ihr habt seinen letzten Update, was sie gemacht haben. Dein letzten Patch, oder? Ja, vorher hatte ich schon immer eine Karte. Boah. Das Ding sieht so ein bisschen aus, als wäre es irgendwie verschoben. Aber es sieht trotzdem immer noch geiler aus. Oh, yeah. Egal, wir fahren hier einfach rum. Und abwärts. Wow. Was geht jetzt ab? Hä? Okay, ich übe noch ein bisschen. Fuck. Okay, der Kofferraum ist mir jetzt erstmal zu, das ist die Hauptsache. Oh, das Auto geht so übelst krass schnell ab. Geil. Wie der klingt. SRS AMG möchte ich gerne haben. Dann bist du doch bestimmt bei King, wenn du damit rumfährst, ey. Gut, er lenkt es nicht mehr ganz so gut. Keine Ahnung, warum. Sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Keine Ahnung, warum. Kann ich mir nicht erklären. Uhuh. 1,42 haben wir noch vor uns. Na ja, mal gucken. Oh, den müssen wir auf jeden Fall dann mal fahren. Irgendeiner, äh, auf irgendeiner Strecke. Schon den Motor. Er ist leicht beschädigt und bringt nicht mehr die volle Leistung. Wie jetzt Motor schon, hallo? Die sind eigentlich auf einer Motor-Show schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, den würde ich danach gleich lackieren. Und dann mit dem erst mal eine Runde fahren. Dann machen wir eine Mercedes-Benz SLS AMG, nee, was? SL56 AMG Session. Heute mal. Ja, komm, das machen wir, oder? Yo. Wenn ich natürlich auswählen darf. Das ist immer so eine Sache. Da fahre ich in jedem Rennen alle Fahrzeuge müde. So, knapp 40 Sekunden und bleibe mir noch. Das müsste eigentlich zu schaffen sein, glaube ich. Oder ja? Geil, ich hab's geschafft. Yeah. Fahrzeug frei geschaltet. Man kann nie zu viele Autos haben. Gucken wir uns mal die Wiederholung an, oder? Ausblenden. Wiederholung. Ausblenden. Oder wenn der... Oh, yeah. Wuhu. Gut, das war... Das ist a fail. Oh, yeah. Jetzt darfst keiner erzählen eigentlich. No, machen wir weiter hier. So, jetzt geht's. Äh, ja, was jetzt eigentlich? Wir lackieren das Ding jetzt ganz fix. Und dann... Begeben wir uns auf die Reinstrecke mit richtigen Gegnern. Nicht dagegen die Zeit. Du hast Ziele zu erfüllen. Ja, hab ich... Ich hab Ziele zu erfüllen. Wo er recht hat, hat er recht. Aber als erstes möchte ich bitte noch... ...den Mercedes tunen. Wo ist er hier? Bitte warten Sie. Oh, ja, boah, ja. Was machen wir mit dem Schönes? Boah, mal gucken. Boah, das ist eine gute Frage. Was machen wir mit dem? Ich hab was, oder? Ja, komm, wartet mal. Was? Wie sieht denn am besten so ein Ding aus? Schwarz, oder? Perleffekt. Schwarz mit Schwarz, oder was? Heh. Naja, gut. Was ist denn das jetzt? Hä? Das will ich sogar mal schwarz lassen. Machen wir ein dunkles Grau draus. Und hier machen wir... Boah. Er weiß nicht scheiße aus. Ich weiß es, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Nee, ich hatte eigentlich eine andere Idee, aber irgendwie... Das ist ja der Streifen hier. Ah, so ganz bin ich noch nicht zufrieden, muss ich zugeben. Ich weiß es... Ah, wenn ihr eine gute Idee habt, gesagt es mir, dann kann ich das ja abwenden. Sponsorin. Sponsorin. Was ist denn mit Schwarzsee? Schwarzsee. Würde ich auch einfach nicht so lassen. Das sieht doch ganz gepflegt aus. Schönen Mercedes-Felgen? Nö, die haben wir nicht. Nehmen wir ein paar gute Felgen. Und machen die... Ja, wir lassen die schwarz. Da haben wir ein recht einfarbiges Auto, was ein bisschen eigentlich auch zu dem Mercedes passt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt den Mercedes hier als übelst fette, bunte Karre machen. So, dann schauen wir mal. Ja, was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Motivations-Ausscheidung. Driften. Oder die... Die, 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 die... Das Finale. Ach du Scheiße, aber mit dem kann man ja, glaube ich, weiß nicht machen, weil hier... Da ist leichtgültig mit dabei. Das ist ja schwul. Ist hier auch leichtgültig mit dabei? Ne. Aber hier brauche ich eigentlich keinen. Oder? Sollen wir mal driften mit dem? Dann kann ich ihn gar nicht auswählen. Scheiße. Dann kann ich noch den anderen auswählen. Das ist ja schwul. Schade. Können wir jetzt auch kein Mercedes-Rennen machen. Mist. Komm, wir nehmen das hier. Weil hier kommt es vielleicht besser, wenn du wirklich leichtgültig dabei hast. So, dann nehmen wir den. Den rechts oder den rechts, rechts. Den habe ich noch nie gemacht. Und gehabt. Aber der ist auch relativ schwer. Komm, wir nehmen den Aerial Atom. Der ist eigentlich echt cool. Den Aerial Atom. Teilnamen wie Serien 52. Erwobenen Fahrzeug. Geh 455. Meist wenn das Auto in der Karriere. 100 S2000. Hä? In Miami musst du die Kurvenausgänge gut erwischen. Oh, schön. Wenn du schlecht aus den Kurven kommst, rächt sich das auf den Geraden. Okay. Im Blickfeld. Rein zur WLAN. Wer ist erster Fahrer? Kann der im Crossbow. Dritte Position. Aber wieder abgeht, oder? Wuhu. Ich glaube schon, dass man mit so einem Auto hier besser hinkommt, als mit so einer fetten Wuchtbrumme. Boah. Boah. Boah, ich bin immer so aggressiv, die Gegner. Wow, cool. Die fahren sich hier gegenseitig über den Haufen. So, was will ich sehen. Ja. Aber du Penis. Komm fahre. Na, fuck. Scheiße. Ich wollte eigentlich gerade vorbeifahren. Da war aber schon die Bande im Weg. Wow. Ah. Ne, da fahre ich nicht lang links. Ne. Wir sind immer noch in der ersten Runde und mein Auto zieht schon übelst nach links. Und ja, was habe ich jetzt davon? Nein. Äh, ja. Rückbände. Okay, neuer Versuch um die Crew war scheiße. Bleib hinter mir, Mann. Dritter, Bruno und Lorenzo sind noch vor mir. Mach so weiter. Ach, äh, neun Gegner verbleiben. Fahr, mein lieber, fahr. Du musst fahren. Und die Leute, die ja einfach in der Mitte stehen bleiben. Wow. Fuck. Die Auspuffer, die Auspuffers, die Aus... Ne, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt passiert? Scheiße. Warte mal, da muss ich mal ein bisschen... Gucken, ob ich jetzt... Oh, habe ich es gerade gesehen? Mein Reifen ist gerade geplatzt. Da brauche ich natürlich so nicht weiterzufahren. Weil mit einem Reifen-Batzer komme ich nicht weit. Jetzt ist gerade, glaube ich, irgendwie mein Fahrgesteller so geplatzt. Reifen kaputt. Nee, Mann. Ahaha, geil. Ja. Das wird jetzt lustig. Das wird jetzt richtig lustig. Ja, das geht eigentlich auch gar nicht mehr. Mit einem Reifen-Batzer. Oh, geil. Lasst uns auf der Felge fahren. Mist, ey. Fuck. Ich kann nicht mehr lenken. Ich kann nicht mehr lenken. Ich kann nicht mehr lenken. Nein. Okay, ich fahre es jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. Mal gucken. Fecht. Sind wir überraschenderweise doch besser. Ich meine, ich komme hier schon ein bisschen näher. Ich muss mich ja nur überholen. Ich brauche halt mehr... Nee, Rechtskurven brauche ich. In der Rechtskurve kann ich gut abgehen mit der... Ja, mit der Handbremse. Aber alles andere wird ein bisschen gay. Vor allem ist der jetzt schon wieder weg. Äh, was war... Jetzt bin ich gerade irgendwo hängen geblieben. Oh nein, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Nur noch zwei Gegner trennen dich vom Sieg. Oh nooo. Oh nooo. Fuck. Jetzt häng ich hier schon wieder irgendwo fest. Hä, jetzt wird es mich verarschen. Also wie gesagt, nach links kann ich... Äh, nach rechts kann ich gut driften. Nach links allerdings absolut nicht. Ich stehe kurz vorm Triumph. Na klar. Boah, wenn er jetzt hier eine Linkskurve bekommen, hätte ich es vielleicht so geschafft. Hey, hallo. Ich fahre ja nur auf der Felge. Nein. Nach zwei Sekunden Länge und ich hätte ihn geüberholt. Fuck. Geil. Herrlich. Wuh. Äh, ja. Ich würde das mal sagen, wir schaffen das immer neu. So, jetzt darf ich mich noch mal beweisen. Ja, hatte ich gerade das Problem. Oh, alter, Leute. Alter, geil. Hinter dir ist ein Unfall passiert. Bis jetzt ist es eine sehr witzige, äh, ja, Folge. Ha, geil. Unfälle habe ich hier eh noch nie so richtig gesehen. Wenn ich an Schritt 2 denke, äh, an Schritt 1, wo doch der ein oder andere da einfach mal irgendeine Scheiße gemacht hat, gab es ja bis jetzt noch gar nicht. Wow, schön, ah, ne, da hängt es nicht. Aber hey, wenigstens kann ich noch lenken. Konnte ich gerade eben nicht mehr. Ah, schon wieder irgendeine Scheiße mit meinem Auto. Ah, es zieht nach links, gut. Nee, 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 ich bin schon wieder amgewein. Nein. Hinter dir ist jemand beschädigt worden. Bau die Lücke aus. Egal. Ich fahr jetzt ja vorbei. Nee, nee. Wenn ich nicht so ganz hingucke, also, na, wenn ich mich auf die Straße komme, dann drehe ich auch nicht auf mein Auto. Das muss so aus, jetzt würde ich in der Mitte sitzen, hätte ein übelst großer Kopf. Nur mal so als kleine Anmerkung. Neun Fahrer nach acht Gegner sozusagen. Yeah. Scheiße. Na nee, das ist ganz gut hier. Hier geht es lang? Hier geht es lang. Boah, Mensch, ich kann mich jetzt wieder fahren. Geil. Herrlich. Jetzt sind sie alle ganz weit hinter mir. Was sind das für Schnarchnasen? Dann eben sind sie alle übelst abgegangen. Als es mir schlecht ging. Und jetzt. Guck mal, da hinten kommt der... Oh, da hinten kommt der Zweite, ey. Das ist ja echt eine Pille-Palle jetzt. Ah, gut gedriftet. Ein bisschen zu heftig. Woo. Nach fünf Gegner hat's. Yeah. Schaffe ich. Davon bin ich überzeugt, dass ich das wenigstens jetzt mal schaffe. Alle guten Dinge sind zwei sozusagen bei mir jetzt hier. Das Geile ist, mit dem Ding kann man echt gut driften. Da geht auch richtig gut ab, ey. Nee, das war nicht gut, glaube ich. Oder? Na doch, das geht auch. Boah. Wenn noch einer rausfliegt, bist du in den Top 3. Juhu. Bin ich ja so schon. Bis jetzt bin ich ja Top 1 bis jetzt. Eine Top 3-Platzierung ist dir sicher, aber jetzt fahr auf sie. Klasse Leistung. Ja, noch zwei, noch 20 Sekunden. 17, 17, 16, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 8, 13, 4, 580, nein, 4, 3, 2, 1, 4, ich hab's geschafft. Boah, Alter, ich hab's geschafft, Leute, ich hab's geschafft, Mann. Und das mit dieser coolen Karre. So, das war jetzt mal genug für diese Runde, genug Stress. Den nächsten Stress tun wir uns beim nächsten Mal an. Dann geht's weiter mit meinem Atom. Also, bis dahin, haut rein. Tschüss.